Haben Sie es auch geschafft, mitzuspielen bei der Umweltlotterie genau? Heute ist der 11. Dezember 2020 und das ist ja dann vielleicht für Sie ein Glückstag. Vielleicht war es bisher auch schon so einen leicht warmen Regen haben wir hier jetzt schon. Jetzt kommt vielleicht noch ein etwas intensiverer. Mit der richtigen Los-ID haben Sie den Hauptgewinn. Und das ist die Los-ID für den Hauptgewinn. Sie lautet 34672. 34672, die Los-ID für den Hauptgewinn. Wenn das auf Ihrem Spielschein steht, perfekt. Außerdem steht da eine Postleitzahl drauf. Und wenn es die Postleitzahl des Kreises Groß-Gerau ist, dann haben Sie auf jeden Fall was gewonnen. Darüber hinaus gibt es eine Menge andere Gewinner in Hessen heute. Und wir wollen mal wissen, wie sehen die Quoten aus? Der Hauptgewinn, das sind heute 10.806 Euro. Dann gibt es einmal 2.500 Euro, 5 mal 500 Euro, 62 mal 50 Euro, 270 mal 10 Euro und 1.081 mal 5 Euro. Und ich sage Ihnen was, natürlich geht es um Umweltprojekte. Und die Gewinner der vergangenen Woche haben sich für dieses Projekt aus Frankfurt entschieden. Da gibt es 5.000 Euro dafür. Herzlichen Glückwunsch. Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö